Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid und wir wollen euch heute zeigen, wie wir bei uns in Hoffenheim so Training machen. Und wir wollen natürlich aber auch sehen, was ihr so drauf habt und wir haben noch einen kleinen Überraschungsgast, der will nämlich auch sehen, was ihr drauf habt und den holen wir einmal rein. Falsi! Wie heißt der erste Torwart der TSK Offenheim? Dreht euch mal um und guckt mal, wer zu Besuch ist. Hey! Ich kann noch ein bisschen mitspielen. Ja! 1, 2, 3! Sieh! 1, 2, 3! Sieh! Sehr gut! Ihr habt das Gewinnspiel von der SAP geworden? Ja! Und ihr seid Einlaufkinder gegen Leverkusen? Ja!